Ahoi ihr Dinosaurier jagenden Bausteinbauer und willkommen zu einem neuen kleinen feinen Video hier auf diesem Kanal. Heute am 13.05.2024 hat Lego ein paar neue Sets angekündigt, die bereits am 1. Juni erscheinen werden. Und für alle Dino-Fans von euch könnte das eventuell was sein, wenn ihr das nötige Kleingeld zur Seite gelegt habt. Denn Sets von Jurassic World sind erfahrungsgemäß nicht die günstigsten, da dort Dino-Formteile drin sind. Und Dino-Formteile sind bei Lego noch wertiger, noch wertvoller als Minifiguren. Man mag es kaum glauben, aber so ist es. So und jetzt wollen wir uns mal ein paar davon angucken, beziehungsweise drei neue Sets kommen raus. Und die schauen wir uns mal in der Ankündigung von Lego an. Was heißt eigentlich Ankündigung von Lego? Da wird kein Tamtam gemacht und gesagt, hier, das ist jetzt ganz neu, das ist einfach irgendwo in einem Onlineshop gelistet und dann kann man es sich angucken und damit ist es angekündigt. So in etwa läuft das hier bei Lego. Jetzt kann sich vielleicht der eine oder andere fragen, welche Dinos kommen da jetzt noch? Denn wer sich in dem Bereich auskennt, wird wissen, dass die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt ist. Alle Sets sind gebaut, alles kam raus, alle Filme sind abgedreht, die Geschichte ist aktuell beendet. Und gäbe es da nicht noch eine Animationsserie, die 2024 erst noch erscheinen wird bei Netflix mit dem Namen Jurassic World Chaos Theory. Ja, und darauf basieren diese Sets jetzt natürlich immer was aktuell, was irgendwie läuft. Dazu macht Lego was. Wenn aktuell nichts läuft, wird es auch nichts Neues geben. Das ist das Prinzip von Lizenzen. Auf jeden Fall hier bei Lego. Und nun gucken wir mal auf die Homepage von Lego. Ich verlinke es ja auch unten drunter mal als Quelle sozusagen oder auch dann als Info, wie ihr euch das nochmal selbst anschauen könnt. Und wir gehen mal direkt drauf. Drei Sets gibt es, drei verschiedene Preise, drei verschiedene Größen. Zwei Dinos aber nur. Was da los ist, sehen wir jetzt, wenn wir hier auf der Homepage sind. So und da ist auch schon das erste Set, was am 1. Juni erscheinen wird. Interessanterweise hier kann man sehen, das ist vorbestellbar zum 1. Juni. Ja, wer nicht warten kann, wer es unbedingt schon haben möchte, kann es sich vorbestellen. Oder man wartet ab, ob es in den freien Handel kommt und dann mit Rabatten zu haben sein wird. Gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall nicht weglaufen. Keiner muss das vorbestellen. Es wird erscheinen irgendwann. Dann kann man mal schauen. Wird es günstiger? Gibt es Rabatte? Und wenn ja, kauft man sich das mit Rabatten natürlich. Die UVP bei Lego ist nur eine Preisempfehlung. Solange es die Sets woanders gibt, muss das keiner bezahlen. Leute, das wisst ihr, ne? Genau. Also was haben wir hier? Ja, wir haben hier Baby Bumpy Ankylosaurus. Ein Brick-Build-Dinosaurier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass das Ding hier Brick-Build ist. Ist das cool oder ist das weniger cool? So ein Preis von 24,99 bei 358 Teilen. Das hat einen Teilepreis dann in dem Fall von, ich rechne mal schon aus, 6,98 Cent. Ja. Ist ja für Jurassic World günstig, könnte man sagen. Ja, genau. Ist aber halt auch kein Dinosaurier-Formteil mit drin. Gucken wir uns mal die Bilder an. Was sagen uns denn die Bilder über diesen kleinen Baby Bumpy? Also ich finde, der sieht ein bisschen gruselig aus. Eher so irgendwie krötig anstatt Dino-mäßig. Naja. Das Auge, 2x4 Teil, scheint mir hier auf den belegten Druck zu sein. Kein Aufkleber in dem Fall, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Da sind nur noch ein paar andere Bilder. Hier ist er gerade ganz fröhlich und auf die Hinterbeinchen. Die Beine scheint man auch einrasten zu können. Das sind solche Elemente hier unten, an die man auch einrasten kann. Ist tatsächlich nicht nur mit Ball-Juents gelöst. Ja. Ihr könnt den Schwänzchen bewegen, den Kopf kann ein bisschen bewegen. Hier ist das Beiwerk, was eigentlich kein Mensch braucht. Und die Box. Ja. Lifestyle-Bilder. Das ist natürlich witzig gemacht. Hätten sie auch den Lego-Bonser hinstellen können, oder? So. Ja. Da wird gebaut und da wird gefressen. Und das war es mit den Bildern. Das ist Set 1. Der Baby Bumpy. Aber wir gehen mal direkt weiter zu Set 2. Und hier wird es preislich schon interessanter. Wir haben 64,99 für das, was ihr da seht, bei 420 Teilen. Das macht dann Teilepreis von 15,47 Cent. Meine Güte, da falle ich hier fast vom Stuhl. Das ist dann Lego Jurassic World, so wie man es erkennt, tatsächlich. Verfügbar am 1. Juni. Hier könnt ihr nicht vorbestellen. Hier müsst ihr warten, bis es dann wirklich verfügbar ist. Und ja. Wir haben hier auch wieder ein Stegosaurus dabei. Den gab es lange nicht bei Jurassic World. Da werden sich einige darüber freuen, dass der jetzt hier am Start ist. Ein bisschen Kleingeraffel ist hier immer dabei. Figuren, so ein Anhänger hier unten. Noch mal Kleingeraffel, einen Baum und ein Autochin. Und ein kleines Eichhörnchen auf dem Auto auch noch mit dabei. Hier noch mal ein paar andere Bilder, ein paar andere Perspektiven. Ja. Das kann man unglaublicherweise hier da ranstellen und ranklicken mit Siegel Lamps. Unfassbare Variation hier. Ich sehe gerade, ich bin gerade ein bisschen, ich verdecke das hier nicht. Ich schiebe mich mal hier oben kurz hin. So. Besser. Jetzt kann man auch den Anhänger gleich richtig sehen. Und da ist er. Genau. Cool finde ich hier. Dass hier auch offensichtlich zwei Minifiguren nebeneinander platziert werden können. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist cool. Wir haben keine Türen. Und der Anhänger, ganz ehrlich, mit den kleinen Rädchen, das ist auch wieder so ein Ding. Man irgendwie auch weglassen könnte und Türen einbauen. Ein bisschen größeren Fahrerraum und so. Aber gut. Ein Anhänger ist immer recht witzig. Und naja, so haben wir jetzt halt einen Anhänger dabei. Kleingeraffel. Oh, einen kleinen Dino auch. Habe ich noch gar nicht gesehen hier. Und ein kleines Eichhörnchen. Das habe ich gesehen. Ob das so sitzen bleiben würde mit der Lupe, weiß ich nicht genau. Aber am Ende geht es ja wie immer hier Spielszene um den Dino, der hier mit da drin ist. Ja gut. Und die Lifestyle-Bilder, die kennt man ja. Also 15 Cent pro Teil hier in dem Fall. Ja. Aber ein netter, toller Stegosaurus, der hier am Start ist. Aber es geht noch ein bisschen größer. Es gibt drei Sets. Wer nicht bei Lego, wenn es nicht noch mehr geben würde. So viel, dass es eigentlich keiner kaufen kann alles. Den Allosaurus haben wir auch noch mit im Transport. Der Transporter hatten wir schon öfter. Allosaurus so noch nicht. Bei dem ist der Kopf tatsächlich neu. Die Bedruckung sowieso. Der restliche Körper ist schon bekannt. Den gab es schon mal in Teilen in anderen Sets. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum auch der so teuer ist, wenn es die Teile, die vor mir eigentlich schon gibt. Aber das müssen wir Lego fragen, warum das so viel kostet. Ich weiß es nicht. Teilepreis ist hier auch bei 15,30 Cent in dem Fall. Aber schauen wir hier auch mal auf die etwas größeren Bilder, die sie uns bieten. Und wir sehen hier, ja, den Sauger, der ist cool. Der Druck, der fühlt sich cool. Schöne Farbe, alles schick. Was ich aber sehr spannend finde, ist hier der Truck, der da vorne dabei ist. Der gefällt mir. So ein Langhaubentruck, den sie hier mit reingebastelt haben. Ja gut, hier sehen wir nochmal die Allosaurus, wie er da hinten drauf soll mit einer Keule gelockt wird. Ob das so eine gute Idee ist? Wir wissen es nicht genau. Hier kann man es aufklappen. Ja, so, das geht auch nochmal auf. Hier ist sogar eine große Kabine hinten. Ich kann hier eine Minifigur reinlegen, offensichtlich. Das Cap hier auf dem Gesicht würde es so natürlich nicht halten. Aber wir sehen hier unten, das sind nur wieder Jumperplates, keine echten Sitze. Wir haben scheinbar ein Lenkrad drin. Das ist zu sehen, okay. Türen sind es auch wieder nicht. Und das hier auf der Seite ist ein großer Aufkleber. Das hier hinten ist auch ein Aufkleber. Ja gut, Drucker habe ich hier auch nicht erwartet. Hier hinten haben wir auch keine Fender, keine Kupflügel, keine Schutzpläte, wie auch immer man dazu sagt. Weiß ich nicht. Alles ein bisschen offen gehalten. Und die typischen Spiels... Ja gut, warum gibt es eine Holzschale mit Stiften liegen? Man weiß nicht, warum hier ein Stock... Warum liegt hier ein Stock auf dem Tisch? Wer braucht denn? Egal. Ist egal. Ein Stock, eine Holzschale, ein paar Pinsel. Was da hier vorne ist, weiß ich nicht. Und zwischendrin dein Lego-Set. Und spielende Kinder. So sieht eine typische Spielszene eigentlich nicht aus, oder? Ja. Mal gucken, wie das nachher wirklich wirkt. Ob es futterlich und klein wirkt, oder ob es cool wirkt. Der Truck an sich ist erstmal ganz interessant. Schön wären natürlich Türen gewesen, aber mehr sehen wir hier auf den Bildern jetzt auch nicht. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Ist auch nicht vorzubestellen, aber ab 1. Juni eben erhältlich. Genau. Nun könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sets so findet. Wie sie euch gefallen, was ihr auf den ersten Blick sagt. Ob ihr euch die holen möchtet, oder eher weniger. Das hier. Ich merke oft über die Preise, aber ich verstehe die Preise einfach nicht. Bei dem Alosaurus zum Beispiel ist ein Großteil des Körpers bereits vorhanden als Gussform. Warum habe ich hier einen genauso hohen Teilepreis wie bei einem neuen Dino, den Stegosaurus, der jetzt rauskommt. Wobei ich nicht weiß, ob sie die Gussform von vor vielen Jahren recycelt haben oder neu hier entwickelt haben. Also bei Jurassic World packen sie so dermaßen Geld drauf. Und Lizenzkosten, Formkosten, ich weiß es nicht. Hier kommt doch wieder der Verdacht hoch, als würden sie es nur machen, weil sie wissen, die Leute sammeln die Dinos. Who knows? Ich weiß es nicht. Es sind nur meine Bauchgefühle. Gerne in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Und wir sehen uns dann bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. Bis dann wieder. Alles Gute. Und Tschüss hier von eurer Steinküste. Und jetzt noch weiter.